Du möchtest in Photoshop eine Farbe in irgendeine andere Farbe ändern? Ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert und wie es am Ende auch realistisch aussieht. Und heute gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen in meinem Adventskalender. Falls du da noch nicht mit dabei bist, dann einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Dort ist der Link zu meinem Adventskalender. Da musst du dich einfach nur einmal mit deiner E-Mail eintragen und schon bist du in jeder Verlosung an jedem Tag bis Weihnachten mit am Start. Und heute gibt es zweimal so ein Hoodie hier zu gewinnen von Landscape Hunter. Du kannst dir dein Motiv natürlich selber aussuchen, genauso wie die Größe auch. Heute gibt es, wie gesagt, zwei von diesen Hoodies zu gewinnen. Und alles, was du dafür tun musst, ist dich einmal mit deiner E-Mail-Adresse eintragen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und natürlich jetzt auch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir sind in Photoshop drin und ich möchte bei diesem Foto jetzt mal die Farbe von den rosanen Kleidern so ein bisschen umfärben. Und zwar in irgendeine Farbe, die ich möchte. Und alles, was ich dafür tun muss, ist einmal hier in die Korrekturenpalette reinzugehen und dann die Korrekturebene Farbton-Sättigung auswählen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, zum Beispiel auf dieses Icon hier zu klicken. Dann kriege ich hier so eine Pipette und kann mit der Pipette auf die gewünschte Farbe klicken, die ich verändern möchte. Jetzt sind das hier erstmal so die Rottöne. Ich würde aber sagen, das ist ja nicht wirklich rot, sondern es ist mehr hier so ein Pink. Also ich würde das Ganze schon noch etwas hier weiter nach links schieben. Mehr so in die pinke Region hier. Und ich kann jetzt hier noch die weiche Kante so ein bisschen bestimmen, rechts und links. Die beiden Regler hier in der Mitte, das ist quasi der Bereich, der auf jeden Fall umgefärbt wird. Wenn ich jetzt hier einen von diesen Reglern anwähle, dann kann ich diesen Bereich auch verkleinern oder vergrößern. Und hier entsprechend jetzt noch die weiche Kante einstellen. Und jetzt kann ich den Farbton hier verändern. Und dadurch, dass wir jetzt das gesamte Bild quasi erstmal verändern, weil diese Ebenenmaske hier komplett weiß ist, wird es vielleicht jetzt nicht nur auf den Kleidern passieren, sondern vielleicht auch irgendwo so ein Stück weit in den Hauttönen. Aber das sieht ja jetzt hier erstmal ganz gut aus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so bläuliche Kleider zum Beispiel haben möchte. Jetzt sieht man, hier sind noch so ein paar Stellen, die jetzt noch nicht davon betroffen sind. Deswegen können wir jetzt mal gucken, ob wir das Ganze jetzt hier nochmal so ein bisschen verschieben können. Beziehungsweise machen wir das Ganze noch ein Stückchen größer. Auch in die Richtung hier nochmal ein bisschen größer. Und dann verschieben wir das Ganze so, dass es jetzt am Ende passt. Das sieht auch schon mal richtig gut aus. Und jetzt kann ich hier mit dem Farbton, wie gesagt, jede Farbe hier einstellen, die ich möchte. Und in meinem Fall soll das jetzt hier mal so ein Blauton werden. Und wenn ich jetzt das Ganze mal ein- und ausblende, dann sieht man, dass man hier zum Beispiel auch die Krawatten jetzt mit bearbeitet hat. Das heißt, wir könnten jetzt natürlich diese Ebene einfach mal umkehren mit Steuerung, beziehungsweise mit Command und I. Ja, jetzt habe ich das Ganze hier einmal in schwarz eingefärbt. Das heißt, aktuell ist sie gar nicht mehr sichtbar. Und ich könnte jetzt zum Beispiel einhergehen und hier das Schnellauswerkzeug einmal nehmen. Und jetzt malen wir hier einfach einmal drüber mit dem Pluspinsel, sodass wir jetzt hier ungefähr erstmal alles auswählen, was jetzt hier diese pinke Farbe hat. Mal ich jetzt mal ganz grob einfach nur drüber. So, und hier gehen wir auch nochmal drüber. Und jetzt können wir hier mit weißer Vordergrundfarbe das Ganze dann auch wieder befüllen. Und schon sind die Kleider entsprechend wieder umgefärbt. Aber der Rest von dem Bild entsprechend dann auch wieder nicht. Ich könnte jetzt natürlich auch noch die Helligkeit hier verändern. Also ich kann das Ganze auch ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller machen, je nachdem, wie man das möchte. Und ich kann auch die Sättigung natürlich noch verändern. Also ich kann das Ganze zum Beispiel so ein bisschen absoften hier. Dann sieht das Ganze auch noch so ein bisschen realistischer aus. Vielleicht die Helligkeit noch ein kleines bisschen runter. Und jetzt haben wir hier ein schön blau gefärbtes Kleid. Vielleicht nochmal so ein paar kleine Pixel müssen wir nochmal bearbeiten. Aber an sich geht das so relativ schnell. Wenn ich das Ganze jetzt in weiß oder in schwarz umfärmen möchte, dann ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Dafür nehme ich eine andere Methode. Da würde ich jetzt hier nicht einfach nur die Helligkeit runterdrehen, weil dann verliert man relativ schnell Details. Ja, sieht man auch relativ gut. Ich kann das jetzt hier in weiß einfärmen, aber es sieht nicht wirklich gut aus. Dafür gibt es eine andere Methode. Das in einem nächsten Video. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst gerne natürlich einen Daumen nach oben geben. Und an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis auf den Adventskalender, falls du Bock hast, mitzumachen. Es ist kostenlos. Du musst nicht einfach nur mit deiner E-Mail eintragen. Und schon bist du an jedem Tag dann auch mit dabei bei den Verlosungen. Heute gibt es, wie gesagt, zwei Hoodies zu gewinnen, jeweils im Wert von 50 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Und ich wünsche dir natürlich dabei ganz viel Glück und Erfolg. Und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.